Oh Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video und wie ihr seht, wir haben die Kameras aufgestellt, denn heute gibt es das ultimative Bau-Challenge und zwar muss der kleine Jimmy was in Orange bauen und ich muss natürlich was in Rot bauen, wir werden natürlich dafür in Kreativ gleich gehen. Hier ist schon mal unser Kreativhebel und das Video werden wir natürlich hier auf YouTube veröffentlichen. Willst du schon mal was sagen zu deinem YouTube-Kanal? Hi Leute, heute machen wir einen Farbbau-Challenge, ich nehme die Farben von Niki, also Rot und Niki nimmt meine Farben Orange. Okay, Challenge akzeptiert, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schaut das Video ganz bis zum Ende an und dann werde ich euch sagen, was ihr noch in die Kommentare schreiben müsst. Okay, dann grüße ich euch im nächsten Video, genau, alles klar, dann bis gleich. Ich, oh, warte, komm mal her, wir müssen doch jetzt den Kreativhebel betätigen. Drei, zwei, eins und. Oh, so, das haben wir jetzt geschafft. Oh, ich kann fliegen. Erstmal eine Runde fliegen, das ist immer gut, dass man das mit Creative machen kann. Also, ich muss jetzt den Orange bauen und du baust den Rot. Und was soll ich bauen? Ja, genau. Ah, das kannst du dieselbe überlegen, aber ich weiß schon, was ich baue, haha. Okay, was baust du denn, das will ich jetzt wissen. Hacke ich dir nicht, das ist geheimer. Hm. Hm, du musst langsam mal anfangen, du darfst nur die Farbe Orange nehmen und ich nur Rot, aber warte mal. Du hast doch Schwarz da gerade benutzt. Sagen wir es mal so, der Hauptteil soll die Farbe haben, okay? Äh, ja, okay, dann kann man das ein bisschen noch ändern. Ah, okay, alles klar, machen wir so. Was macht der da? Das interessiert mich jetzt. Mach Autoreifen, das sieht doch jeder. Autoreifen? Okay, wartet mal. Ich brauche alles in Orange. Oh Mann, Orange ist eine doofe Farbe. Hey, das höre ich. Oh Mann, na stimmt, der hört mich ja. Ähm, was sollen wir denn bauen? Äh, schreibt mir mal irgendwas Kreatives in die Kommentare. Ähm, ich will jetzt eine Orange bauen. Ich werde eine Orange bauen. Viel Spaß, du schaffst das eh nicht. Doch, wir bauen eine Orange. Bist du dir sicher? Ja, oh Mann. Na schön. Aber die Orange hat einen kleinen Geheimtrick, den werde ich dir nicht verraten. Hm. Wie ein Geheimtrick, was soll denn das für ein Geheimtrick sein? Ja, das sage ich denen. Ach, das ist Sand gewesen. Das werde ich den Leuten gleich zeigen, wenn sie dranbleiben. Also, Niki, ich sage dir ehrlich, wenn es so weitergeht, gewinne ich. Hä, wir haben doch gerade erst angefangen. Wie können wir denn gewinnen? So, zack. Und dann nochmal draus. Das werde ich schon sehen, so. Zack. Ah, Mist, ich habe das falsch gemacht. Du willst mir doch nur nachmachen. Du willst mich ablenken. Ich weiß das genau. Nein. Ich lenke niemanden ab. Was babbelst du da? Das muss richtig cool aussehen. Hm. Wie mache ich das denn hier? Ich bin irgendwie verloren. Zack. Zack. Aber man darf nicht cheaten, ja? Ich cheate auch nicht. Hä, habe ich das so? Ja, und nicht pranken. Das ist nicht in Ordnung. Wie nicht pranken? Wer prankt denn? Das ist doch... Das wäre ehrenlos. Hä? Du prankst immer. Ich prank gar nicht. Oh, doch. Schau mal, wie weit ich schon bin. Das sieht richtig cool aus. Oh, ich kriege das, glaube ich, gar nicht so gut hin. Warte, ich brauche Glas. Orangenes Glas. Gibt es das überhaupt? Machst du da einen Orangenen-Smoothie oder was machst du da hin? Ich mache, ähm, ein Polizeiauto. Polizeiauto? Ein orangenes Polizeiauto? Ja, weil das ist ein holländisches Polizeiauto. Hm. Ah, sind die wirklich orange? Okay. Der macht mir da zu viel Faxen. Ich werde da mal jetzt kurz rüber luschern. Warte, ich nehme mir derkmatischen Tee. Warte, hier. Das macht Spaß. Ich mache mein Feuerwehrauto. Ah, und wie geht es bei dir voran? Ich wünsche dir wirklich nur das Beste. Ja, ich dir auch, mein Bester. Ähm, Feuerwehrauto kann doch bestimmt auch Feuer löschen. Na? Ja, natürlich. Aber noch nicht. Also noch ist... Hey, was ist... Hi, äh. Oh, oh. So. Mann, wieso ist mein Feuerwehrauto kaputt? Das ist nicht witzig. Oh nein, das war gar nicht gut. Hä? Oh. Guck dir mal den Cheval an. Weißt du, was Cheval heißt auf Französisch? Nein, das heißt ein Pferd. Ja, das ist gut. Hast du es noch gesehen? Oh, komm mal her. Habe ich nicht. Cheval weiß jeder, was das heißt. Deswegen heißt sie auch die Automarke Citroën. Weil das Kamel heißt. Ehrlich? Nein, das habe ich mir ausgedacht. Das hat sich aber fast wirklich authentisch angehört, muss ich wirklich sagen. Warum ist eigentlich nur bei mir TNT in die Luft gegangen, hä? Ach, das war TNT. Habe ich gar nicht mitbekommen, Jimmy. Nein, das war ein U-Boot, was da einfach gelandet ist. Genau. Oh, U-Boot können landen? Das wusste ich gar nicht, Jimmy. Bei dir erfahre ich immer wieder Neues. Hm. Ja, ich bei dir auch. Demnächst wird bei dir auch TNT landen. Pass bloß auf. Ich habe doch gar nichts gemerkt. Warum bist du denn so gemein zu mir? Ja, weil du mein ganzes Ding kaputt gemacht hast. Wenn wir Jimmy nochmal pranken sollen, dann lass jetzt auf jeden Fall ein Like da. Liken, 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 liken. Komm, komm, jump, jump. Ich höre dich. Warum hört er mich? Ich höre dich. Und ich weiß alles, was du gemacht hast. Du hast ganz, ganz schlimme Dinge gemacht. Ich baute, glaube ich, die weltschlimmste Orange der Welt. Mann, wegen dir muss ich mein Feuerwehrauto neu machen. Das ist gar kein Spaß. Das juckt mich nicht. Genau. Das werde ich Lumi sagen. Sag das doch nicht. Und dann kriegst du dich Ärger. Genau. Hä, warum ist das alles schief und krumm? Also, wie ihr wisst, ich bin nicht der beste im Bauen. Also, ich brauche eure Hilfe. Wenn ihr zu uns auf den Server kommen wollt, checkt auf jeden Fall unten die Beschreibung ab. Da habe ich nämlich den Discord verlinkt. Und ja, dann können wir vielleicht einfach eine Map zusammenbauen. Und wie gesagt, derjenige, der jetzt TNT in die Kommentare schreibt, dem werde ich als nächstes grüßen. Aber nur den ersten. Oder der am meisten spamt. Warte. Der am meisten spamt, glaube ich. Genau. Der am meisten TNT in die Kommentare spamt. Den werde ich grüßen. Und ich werde das auch einblenden lassen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Wir müssen jetzt leider weiterbauen. Weiterbauen. Das sieht komplett doof aus. Also, ich bin der schlechteste Bauer in Minecraft, glaube ich. Nö, das fällt dir erst jetzt auf. Ja, ich glaube schon. Guck mal, wie doof das aussieht. Was baust du denn da? Du lachst mich nicht aus, Jimmy. Aha, warum? Weil du blöd bist. Ich brauche irgendwie einen Stil oder so. Stick. Naja, vielleicht kriegst du es ja noch hin. Wer weiß. Oh, das wird der Büßen. So. Der kommt. Na, na, na. Häh! Meine Sachen sind kaputt! Häh? Wie kommt das denn? Aber hier... Ach man, egal. Ich wollte es mir so eine Treppe hier machen. Das trifft sich ganz gut. Ah, das ist gut. Oh, nicht, dass irgendwas kaputt geht, ne? Nein, nein, ist nicht. Ah, ich brauche einen... Was kann ich denn benutzen? Ach, wir nehmen einfach schwarze Steine, ne? Wir nehmen... Wir müssen natürlich Black schreiben. Das ist alles auf Englisch hier. So. Black Terracotta. Black Concrete, genau. Mhm. So, zack. Und zack. Kommst du denn gut voran? Ja, das ist die Welt. Dümmste. Orange. Was ist das denn? Das sieht total kack aus. Oh, Mann. Ich glaube, die Zuschauer lachen sich tot. Und deswegen schauen die noch. Äh. Warum sind deine Fenster mal kaputt? Das schick ich ja gar nicht. Weiß ich nicht. Irgendein Vogel kackt da rein. Hey, ich hab nicht mit schwarz... Mann, Niki, du bist das. Ich hab's genau gesehen. Das stimmt doch gar nicht. Och, ich hab's gesehen. Und... Ach, ist auch egal. Mann, ich werd trotzdem gewinnen. Du wirst schon sehen. Nein, wirst du nicht. Doch, bei deiner Orange kann doch jeder gewinnen. Okay, jetzt kommt nämlich der geheime Trick. So. Oh, ich glaub... Oh, ich bin so ein Dussel. Ich hab das doch mit Dings gebaut. Hm, wir müssen jetzt ein bisschen runter. Und zwar werden wir uns einfach rüberbauen. Hm, das macht so Spaß. Mein Feuerwehrauto ist cool. Weißt du was? Ich bin Sam, der Feuerwehrmann. Okay. Warum ist hier unten Wasser? Hier ist alles voller Wasser. Oh Mist, wir sind noch nicht da. Wir müssen... Hä? Wir müssen wirklich weiter. Nein, nein, nein. Die hat einfach offene Wasserfläche gebaut. Okay, jetzt brauche ich nur noch Licht. Das muss jetzt leise sein. Das heißt, hier kommen die Scheinwerfer hin. Ja, das sieht schon gut aus. Hm, hinten müssen wir auch Rücklichter machen. Die würde ich mit Redstone machen. So. Weil das sind die Rückleuchten, Leute. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber lass jetzt ein Like und ein Abo da und ich zünde das kurz. Und... Boah, das sieht so mega cool aus. Ah, ey. Mann, wer macht die ganze Zeit hier alles kaputt? Das ist jetzt langsam echt nicht mehr witzig. Ey, Jimmy, das ist... Ja, warum machst du die ganze Zeit so viel Terror? Das geht nicht? Oh, Mann. Ja, merkst du selber, ne? Guck mal, selbst mich kann nix stoppen. Ich bin nämlich der beste und größte Bauprofi. Warte, das stimmt doch gar nicht. Das ist der Eingangsteppich, glaube ich, hier. So, lass jetzt irgendwie ein Like und ein Abo da. Und, äh, ja. Ich weiß nicht mal, was ich da sagen soll. Ich habe das dümmste Gebäude hier auf der Insel. Aber irgendwie sieht es doch schon cool aus. Komm, Jimmy, ich brauche da kurz deine Hilfe. Was? Was? Ich soll dir helfen? Du bist mein Gegner. Ich will deine... Hä? Warum ist hier orange? Niki? Warum war da orange? Weiß ich doch nicht. Geh auf deine Seite. Komm, hilf mir doch mal kurz. Ich will mal kurz deine Meinung wissen. Oh, na schön. Was willst du wissen, Niki, hä? Findest du das toll, so wie das aussieht? Du musst eine Inneneinrichtung machen und außerdem fehlt dein grüner Stiel. Und außerdem kannst du doch hier einen Garten noch machen. Ich habe einen schwarzen Stiel. Einen Garten, genau. Oh, Jimmy ist der Beste. Jetzt mit dem Garten, hä? Wartet mal. Wir machen hier einfach ganz schnell nochmal den Teppich, ja. Hm, da, zack, zack, zack. Oh. Okay, ich werde jetzt mein Dach gleich machen. Das sieht so mega cool aus. Dein Dach? Ja, ich bin fast fertig, Niki. Warum? Äh, das, du hast geschummelt. Das habe ich genau gesehen. Habe ich nicht. Ich wurde die ganze Zeit sabotiert von irgendjemandem. Mh, mh, das glaube ich dir nicht. Dafür hast du jetzt so lange gebraucht? Egal. Oh, guck mal hier, das sieht schön aus. Ja, habe ich. Oh, ja, das sieht echt gut aus. Wir machen noch Seelaternen rein. Mhm. Oder? Oh, ich habe das so asymmetrisch gebaut. Ich gehe kurz schlafen. Nein, Spaß. Wie du gehst schlafen? Nein, das ist eine Bau-Challenge. Du kannst nicht schlafen gehen. Und denk dran, nur mit Orange-Arbeiten. Aha. Ja, und ein paar feine Details. Das weißt du, haben wir ja vereinbart, ne? Ja, ein paar feine Details. So, dann brauchen wir noch eine Lampe. Ich brauche eine Lavalampe. Haben wir eine Lavalampe? Warte. Wir haben Quixi-Lamplights. Was ist das denn? Lampbase? Hm? Einfach weg gewesen. Wartet. Warte, warte. Ich habe das sofort. Äh, Lavalampe. Oh, gibt es dieses wirklich? Yellow, pink, rainbow. Oh, ich will eine Rainbow-Lampe haben. Ah, nee, wir müssen ja Orange nehmen. Och, Mann. Orange. Warum findest du das doof? Das ist doch voll cool, Niki. Oh, die leuchtet wirklich cool. Haha, okay. Oh, du hast nicht so einen coolen Garten. Mein Feuerwehrauto sieht voll doof aus. Orange, warte. Gibt es hier Orange? Mein Feuerwehrauto sieht aus wie ein Dinosaurier. Du bist auch ein Dinosaurier. Hm. Ja, ja, ja. Nein. Das ist gar nicht witzig, Niki. Oh, Mann. Was ist das denn? Tape-Gag. Was? Oh, ja, komm, wir geben. Ach, Niki, ich wollte dir was sagen. Du bist Niki was sagen? Äh, sorry. Ich meinte Jimmy, guck mal, ich hab ein Geschenk für dich. Ja, was musst du mir denn sagen? Was denn? Ich hab den Geschenk hingelegt. Was ist denn da? Da ist TT drin. Haha. Mann, Niki, du bist gemein. Warte. Können wir das überhaupt so bauen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du verlierst. Wie mache ich das hier? Hä? Was ist dieses Tape-Gag? Ich verstehe das nicht. Das ist zum Fesseln jemanden. Das brauchst du doch gar nicht. Nein. Ach, Jimmy, guck mal her. Das ist das gar nicht. Guck mal. Das ist nämlich was anderes. Was denn? Was hast du da? Ja, das ist, um jemanden zu fesseln. Gib mal her. Ehrlich? Ja. Okay, warte hier. Nein, ich will das aber nicht bei dir machen. Dann holst du wieder rum. Komm, zeig mir das. Wie geht das? Naja, das geht nicht, wenn wir im Kreativ sind. Ah, okay. Okay. Dann müssen wir gleich aus dem Kreativ rausgehen. Natürlich. Ist ja ganz klar. Nein, ich will das nicht. Arbeite lieber an deinem blöden Garten. Genau. Mache ich doch schon. Okay, wir brauchen hier ein paar Obstsachen für die Leute, die kommen. Die dürfen sich dann bedienen. Mh, mh. Nein, ich lüge nicht. Sag nur die Wahrheit. Meins ist besser. Was soll das denn darstellen? Das ist ein Feuerwehrauto. Das sieht doch jeder. Sieht aus wie eine... Das sieht aus wie eine billige Handtasche oder so. Nein, das sieht nicht aus wie eine billige... Und warum machst du da Baumstämme hin? Hör auf damit! Oh, dann sei doch nicht so traurig. Oh, dann wirst du mein ganzes Auto nur kaputt machen. Und gönnst mir nicht, dass ich gewinne. Genau. Du wirst nicht gewinnen. Ich sag dir eins, Niki. Du wirst alles außer gewinnen. Ich bin nicht, Niki! Warum sag ich die ganze Zeit Niki? Ich meine natürlich Jimmy. Ah, Mann. So. Schlafstück. Mach ich hier meine Sirene hin. Boah. Jetzt sieht es richtig cool aus, Leute. Was für eine Sirene. Und das muss rausschauen. Wenn Freunde bei mir schlafen, dann können die nämlich auch hier mit... Warum ist das jetzt schwarz geworden, das Zelt? Nein, 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 nein. Okay, wartet. Wir stellen das hier auf. Das ist ein kleiner Sichtschutz. Oh, ja. Perfekt. Niki, wir haben nur noch fünf Minuten. Oh, haben wir wirklich nur noch... Oh, das sieht... Das ist an mir ein bisschen viel zu viel Orange. Warte mal. Zack. Da haben wir ein bisschen Schutz. Okay, ich... Nein. Ich möchte jetzt deine Bewertung sehen. Komm. Zeig mir jetzt. Nein, nee, wir haben noch fünf Minuten. Na, warte doch. Hast du dich hier versucht zu mir durchzubauen? Hab ich nicht. Habe ich gar nicht. Warum soll ich mich zu dir durchbauen? Das macht doch gar keinen Sinn. Eine Sache verstehe ich nicht, Jimmy. Warum? Ja. Hast du Feuerhydranten vor deinen Reifen? Das chill, verstehe ich nicht. Weil das am Deko ist, genau. Deko? Aha. Und wo kann ich hier reingehen? Ich will jetzt hier drinnen sitzen. Tatüt. Das kommt auch noch. Du sollst erst mal zu deinem hingehen. Das ist doch noch gar nicht fertig. Ich gucke mich mal um. Okay, ich gehe ja schon. Ist ja gut. Wer schwindet von hier? Ich kann nicht raus. Okay. Wie kann ich das denn noch anders machen? Oh, fucking. Oh, fucking. Ähm. Redstone. Genau. Wir nehmen diese fucking. Oh. Das sieht bestimmt gut aus. Wartet. Oh, ja. Oh, ja. Das sieht gar nichts gut aus bei dir. Das sieht voll gut aus. Warte. Nö. In Gang. Oh, ja. Genauso. Oh. Das sieht echt gut aus. Sieht total doof aus. Du wirst einfach verlieren. Genau. Nee, werde ich nicht. Werde ich nicht. Guck mal, wie gut das aussieht. Naja, das werden wir ja sehen. Also jetzt, ehrliche Meinung. Wie findet ihr das? Dafür, dass ich nur orange benutzen durfte, eigentlich und ein paar kleine Details, fände ich das eigentlich recht gut aus. Oh, Mann. Ich kann es mir auch ein bisschen schön reden. Das sieht am Anfang gut aus, Jimmy. Muss ich dir wohl jetzt auch sagen. Aber jetzt? Naja, vielleicht kommt... Du bist jetzt hier selber nicht mehr. Endlich hast du es eingesehen. Das heißt, ich habe ja eigentlich schon gewonnen, oder? Deine Sachen gefallen mir nicht, meine ich damit. So. Nein, du doof Kopf. Das ist doch Quatsch, Mann. Ich gewinne. Nee, 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 nee. So. Okay. Zeit ist um. Stopp. Nö, nö, ist sie gar nicht. Hör auf damit. Für jede Sekunde, die du weiterbaust, muss ich eine Sache kaputt machen. Nein, nein. Okay, aufhören, aufhören. Ich habe fertig. Okay. Also, nur noch die Feuerlöscher. So. Komm raus. Dann kannst du mir anfangen, alles zu erklären. Komm, komm, komm. Ja, mach. Ich muss nur noch die Tür hin platzieren. Warte. Äh, Türe. Wo ist denn jetzt die Türe? Äh, hier. So. Die kommt nämlich... Äh, wieso geht das nicht? So. Türe kommt da hin. Genau. Und dann... Das war's. Wow. Okay. Dann erklären wir mal Schritt für Schritt alles hier. Hier ist ein Feuer, siehst du? Ja, das sehe ich. Okay. Genau. Und dann kommt die Feuerwehr und macht, äh, das hier. Und das Feuer geht nicht aus. Das ist aber eine doofe Feuerwehr. Ja, weil du musst das drüber machen. So, guck. Und Feuer gelöscht. Schau mal, wie cool. Ich habe das Feuer einfach gelöscht. Nein, das Feuer ist noch da, Jimmy. Was machst du da? Aber egal. Auf jeden Fall ist das ein Feuerwehrauto. Du kannst auch rumfliegen und es von außen anschauen. Das sieht richtig cool aus. Ich habe hier überall Feuer, Tranten und sogar Braulicht mit einer Leiter oben. Ach, das ist so eine Leiter? Okay, das ist... Ja, das war ein kleines Easter Egg, würde ich fast sagen. Okay, zeig mir die Innereinrichtung. Okay, wenn du zur Innereinrichtung willst, musst du durch das Wasser latschen. So, und dann die Tür aufmachen. Zack. Dann kommst du hier in den Küchenbereich, beziehungsweise Feuerlöscher-Bereichen. Und hier kannst du das ganze Auto fahren. In den Küchenbereich? Warum hat denn das Feuerauto eine Küche? Für den Küchenbrand, genau. Wir sind für alles ausgerüstet. Hier hinten sind unsere Feuerlöscher. Da haben wir ganz viele von. Du baust ja gerade noch, das ist Cheapen. Nein, die waren vorher auch da. Und außerdem hier oben ist dann für PC-Leute und Gaming-Leute ein brandsicherer PC. Genau. Warte. Ich dachte, das wäre das Kontrollzentrum. Ich dachte, das wäre das Kontrollzentrum. Ich dachte, das wäre das Kontrollzentrum. Nein, nein. Ja, genau. Kontrollzentrum mit eigenem PC, der natürlich hier ist. Siehst du? Drei PCs. Boah, das ist ja ein ultra-krasser Gaming-Rechner. Und das lastet meiner Sache. Jetzt kommen wir zu deiner. Okay, dann komm mal her. Was ist das denn? Wo bist du? Da bist du. Also komm mal her. Nein, du musst nicht hier anfangen. Okay. Erst mal willkommen zu dem orangenen Paradies, okay? Guck mal. Bevor man reingeht, muss man sich erst mal aufwärmen. Dann bekommt man nämlich von dem Butler, der gerade... Aber das brennt. Nein, das geht nicht aus. Und dann bekommt man von dem Butler nämlich einen Orangensaft rausgemacht. Und dann... Du hast recht. Kann man sich schon mal einen ein bisschen hier hinlegen und ein bisschen ausruhen. Und wenn es regnen sollte... Was? Ich habe das Feuer ausgemacht. Nein, hast du nicht. Das Feuer ist noch da. Ach, Mann. Du machst dir alles kaputt. Ach, Mann. Ich habe sowieso gewonnen. Nein, das sieht ehrlich voll cool aus. Dann sind Orangene Orangen. Oh, das ist meine Lieblingsfarbe. Boah, das hast du voll cool gemacht. Und außerdem sind hier überall orangen Schlafplätze. Und boah, orangene Laberlampen. Oh, wie cool. Weißt du, wie das Motto von dem Raum ist? Nein, wie denn? Orangener Minimalismus. Da ist nämlich nur das Bett drin. Das hört sich doof an, aber das sieht richtig cool aus, Niki. Ich glaube, meine Zuschauer würden das lieben. Aber, Niki, soll ich ehrlich sein? Ja. Ja, mir gefällt die Farbe Orange viel lieber. Ich will gar nicht dieses blöde Feuerwehrauto haben. Das sieht auf... Oh. Das ist... Da hinten ist ein Feuer. Das müssen wir löschen. Das war es mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Und checkt auf jeden Fall Jimmy ab. Der ist unten verlinkt. Und... Ja, ich habe auf jeden Fall gewonnen. Schreibt Gewinner in die Kommentare, dann grüße ich euch auch. Ich bin der Gewinner Chicken Dinner. Aber der hat am meisten Gewinner in die Kommentare spammt. Genau. Dann habe ich jetzt zwei Leute, die ich grüßen werde. Die werden das nicht schaffen, weil ich werde ganz viele Kommentare schreiben. Wenn ihr gegrüßt werden sollt, dann schreibt es auf jeden Fall die ganze Zeit jetzt rein. Und schaut euch auf jeden Fall das Video hier an oder das Video. Lasst die Playlisten laufen und überall immer kommentieren. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.